In diesem Video zeigen wir, wie RGBW-LED-Streifen über ein Smart-Home-System wie Philips Hue gesteuert werden können. RGBW-LED-Streifen mischen RGB-Farb-LEDs mit einer weißen LED und haben daher fünf Anschlusskabel. Rot, grün, blau, weiß und das schwarze Kabel für das gemeinsame Plus. Philips Hue basiert, wie viele andere Smart-Home-Systeme, auf dem Zigbee-Funkstandard. Wir benötigen also eine Hue-Bridge als Gateway und weiter einen Zigbee-LED-Controller, mit dem die Bridge kommunizieren kann. Als Beispiel verwenden wir hier den Controller LK115U von LED-Studien mit 5x4 Ampere Ausgangsleistung. Als Besonderheit kann dieser Controller verschiedene Arten von LED-Bändern steuern, also zum Beispiel auch einfache weiße LED-Bänder oder solche mit einstellbarer Farbtemperatur. Zu Beginn ist es wichtig, dass wir den Controller in den richtigen Modus setzen. Dazu sind kleine DIP-Schalter angebracht, die wir in die Stellung für RGBW bringen. In diesem Modus wird der Controller von Philips Hue als Leuchte mit Weiß-Modus und extra Farbeffekten erkannt. LED-Bänder und Netzteil werden wie gewohnt am LED-Controller angeschlossen. Achtung! Bei RGBW wird das schwarze Kabel mit dem Plus-Ausgang des Controllers verbunden. Der Controller hat einen zusätzlichen Ausgang für ein zweites Weiß, der bei RGBW aber ungenutzt bleibt. Ist alles miteinander verkabelt, kann der Controller in Philips Hue integriert werden. Wenn Sie das erste Mal mit Philips Hue arbeiten, sollten Sie zu Beginn die Hue Bridge nach Anleitung von Philips installieren und auch gleich einen ersten Raum, zum Beispiel Wohnzimmer anlegen. In der Hue-App können wir nun nach neuen Leuchten suchen. Drücken Sie fünfmal kurz hintereinander auf die Proc-Taste am Zigbee-Controller. Dies setzt den Controller zurück und macht ihn damit auffindbar für Philips Hue. Starten Sie dann die Suche in der Hue-App. Je nach Firmware kann es auch besser sein, umgekehrt vorzugehen, also erst die Suche in der App starten und dann fünfmal die Proc-Taste drücken. Die Suche kann ein bis zwei Minuten dauern. Wenn die Hue-App den Controller findet, blinken die angeschlossenen LEDs deutlich sichtbar auf. Hue beendet die Suche nicht sofort, sondern sucht noch eine Zeit lang weiter nach neuen Leuchten. Sobald die Suche abgeschlossen ist, können Sie den Zigbee-LED-Controller in der Hue-App wählen und einen passenden Namen vergeben. Weisen Sie der neuen Lichtquelle danach einen Raum zu. Ab sofort können wir die LEDs über die Hue-App steuern. Es ist das Schalten, das Dimmen und das stufenlose Verändern der Farbe möglich. In der aktuellen Version realisiert Philips Hue bei RGBW sogar einen Weißlicht-Modus mit veränderbarer Farbtemperatur. Je nach Einstellung werden hierbei den weißen LEDs rot oder blau beigemischt, was die Farbtemperatur entsprechend von warm nach kalt verändert. Probieren Sie die Einstellmöglichkeiten der App, die sich in neueren App-Versionen auch von den hier gezeigten unterscheiden können. Ab und an kommt es vor, dass Hue den Controller nicht beim ersten Mal findet. Schalten Sie die LED-Installation dann aus und wieder ein und starten Sie eine neue Suche. In aller Regel findet Hue den Controller spätestens beim zweiten oder dritten Versuch. Zudem merken sich die Controller bei Stromverlust die letzte Einstellung. So können Sie auch weiterhin normale Lichtschalter einsetzen.